Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Die Entwicklung des Menschen umspannt ja einen gewaltigen Zeitraum. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich bis über zwei Millionen Jahre, in der sich der Mensch irgendwann mal zu uns entwickelt hat, über verschiedene Linien, dementsprechend auch über verschiedene Evolutionsstufen hinaus. Und eine entscheidende Entwicklung war die Nutzung von Feuer. Nicht nur um Wärme zu erzeugen, sondern auch um Nahrungsmittel haltbar zu machen und sie zu garen logischerweise, denn Nahrungsmittel wie zum Beispiel Fleisch oder Fisch verdaut sich wesentlich leichter, wenn er in einem Feuer gemacht wurde, gekocht wurde, gegart wurde, gebraten wurde. Und das ist das Entscheidende, nämlich die Zeit, in der der Körper braucht, um etwas zu verdauen, so niedrig wie möglich zu halten, um die Nährstoffaufnahme zu optimieren. Und lange bevor diese Bauten hier entstanden, dann zum Beispiel Stonehenge zwischen 5300 und 4600 Jahre alt, das heißt also, in dieser Zeitspanne wurde es wohl gebaut und dann auch vor 4600 Jahren fertiggestellt. Das heißt also, lange bevor das hier gebaut wurde, war der Mensch bereits in der Lage, mit Feuer Nahrungsmittel haltbar zu machen und dementsprechend auch über dem Feuer zu garen. Es gibt jetzt eine neue Studie oder besser gesagt auch eine neue Entdeckung aus Israel. Dort wurden Fische gefunden, Fische, die sehr, sehr lange tot sind, nämlich ungefähr 780.000 Jahre. Und an diesen Fisch-Skeletten wurde etwas Interessantes entdeckt, nämlich diese Fische wurden bei 200 bis 500 Grad gegart. Und was man ausschließen konnte, ist eine natürliche Erscheinung. Das heißt also, kein Feuer, kein Waldbrand oder sonst irgendwas, denn diese Fische wurden in der Nähe von anderen Werkzeugen gefunden, die damals zu dieser Zeit dazu genutzt wurden, um zum Beispiel auch Fische zu bearbeiten, auszunehmen und, und, und. Das heißt also, vor 780.000 Jahren hat jemand in Israel Fische gekocht. Und das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass es sich hierbei anscheinend um eine Art der Garung gehandelt hat, die bewusst so gewählt wurde. Also nicht einfach ins Feuer geschmissen oder irgendwie außenrum trappiert, sondern es scheint sich hier tatsächlich um ein relativ kompliziertes Gar-Vor... also ein kompliziertes Gar-Ritual gehandelt zu haben. Also wie man das dann dementsprechend auch am besten macht. Das heißt also eine gewisse Entwicklung, die auch dem vorausging, damit man dann die Fähigkeit hatte, das auf diesem Niveau zu machen. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Also man würde jetzt sagen, vor 780.000 Jahren hat sich jetzt, hat sich da jemand Gedanken darüber gemacht, wie er den Fisch jetzt am besten macht. Und ja, anscheinend ja. Es ist tatsächlich so, dass es Feuer in der menschlichen Zivilisation, in Anführungsstrichen, auch schon Feuer gab. Das heißt also, nicht vor 780.000 Jahren ist jemand auf die Idee gekommen, Feuer zu machen. Die Frage ist immer, inwiefern hat dieses Feuer, oder wie hat man das Feuer überhaupt gemacht? Das heißt also, war das eine bewusste Tätigkeit, die eine gewisse Fähigkeit auch voraussetzt? Oder war es, wie man am Anfang wohl vermuten dürfte, eher der Fall, dass wenn ein Blitz einschlägt, dass dann eben dementsprechend auch das Feuer zur Verfügung gestanden hat und man es eben sehr, sehr lange pflegen musste? Es durfte nicht ausgehen. Die Frage ist, wie war die Fähigkeit damals? Wir haben ja jetzt die Übersichtskarte. Das heißt also, in Israel gibt es verschiedene Ausgrabungen auch zu diesem Thema. Das war im Übrigen auch eine Durchgangsroute für den Menschen aus Afrika heraus. Das heißt also, hier kann man eine der Stationen auch beobachten, die es dann auch gebraucht hat, bis sich der Mensch über die gesamte Erde verteilt hat. Das war hier so der Durchzugsort sozusagen, aus Afrika heraus. Und da kann man auch, also es passt auch sehr gut an die, oder passt ganz gut zu den anderen Theorien bezüglich der Zeitspannen, die notwendig waren, um zum Beispiel auch eine örtliche Veränderung durchzuführen von verschiedenen Gruppen von Menschen. Das heißt also, das hier war tatsächlich sowas wie ein Hub, von dem aus dann wieder andere Bereiche, zum Beispiel auch Europa, dann bewandert wurden von den einzelnen menschlichen Populationen, die sich dort dann entwickelt haben. Aber interessanterweise oder faszinierenderweise handelt es sich hierbei, bei diesem Garvorgang der Fische, um etwas, was anscheinend auf eine indirekte Garung hinweist. Das heißt also, vermutlich sowas wie ein kleiner Ofen könnte es gewesen sein. Es ist natürlich nach dieser Zeit sehr, sehr schwer möglich, das noch genau herauszufinden. Das steht auch in der Studie und auch im Artikel drin, dass man jetzt nicht genau weiß, wie sind denn die Fische jetzt zubereitet worden. Aber es scheint sich wohl um eine Art Garvorgang zu handeln. Da kann man jetzt natürlich eine gewisse Spekulation mit einfließen lassen und kann sagen, handelt es sich hierbei um ein indirektes Garen. Das heißt also, ein Doppelkammer-System vielleicht sogar. Also an einer Stelle dieses Systems wurde Feuer gemacht und daneben ein Lehmofen, der erhitzt wurde durch das Feuer, aber die Flamme eben nicht direkt an die Nahrungsmittel rankam, sondern einfach der Ofen so stark erhitzt wurde, dass im Inneren dieses Ofens dann dieser Garvorgang stattfinden konnte. Das sind natürlich Spekulationen, logischerweise, aber man kann aufgrund auch der Entwicklung der Menschheit, wo man auch davon ausgehen muss, dass bereits vor 1,5 Millionen Jahren Feuer genutzt wurde, aufgrund eben auch der Zeitdifferenz davon ausgehen, dass es wohl im Laufe dieser Zeit natürlich Verfeinerungen gab. Und auch bei Fischen ist es so, man kann Fische roh essen, das wisst ihr, Sushi. Also das heißt, es ist jetzt nichts, wo man Angst haben müsste, wenn der Fisch frisch ist. Früher im Übrigen, eine kleine Anekdote zu diesem Thema, was meint er wohl, wo die Zitrone herkommt, die man zum Fisch isst. Und da ist also früher was tatsächlich üblich, diesen Gestank des Fisches, wenn er schon ein bisschen älter wird, mit der Zitrone oder Südfrüchten dementsprechend zu neutralisieren. Also die Zitrone kommt nicht von ungefähr. Aber gesund war es dann wohl weniger, wobei Zitronensäure auch eine gewisse desinfizierende Wirkung hat. Aber am Ende des Tages eben, was Fisch angeht, man kann ihn roh essen, er muss aber frisch sein. Und durch das Garen oder Braten ist der Körper besser in der Lage, die Nährstoffe aufzunehmen. Das heißt also, Feuer in Verbindung mit Nahrungsmitteln hat den Menschen auch dazu gebracht, schneller zu verdauen und damit vielleicht auch mehr Zeit zum Nachdenken zu haben. Hört sich ein bisschen sehr naiv an, aber so ist es tatsächlich. Das heißt also, dadurch, dass man schneller verdauen konnte, aber satt war, hatte man Zeit, sich Gedanken zu machen und eben zum Beispiel auch über die Art und Weise, wie man den Nahrungsmittel zubereitet. Hier eben ein Feuer, das heißt also, dürfte wohl vor 1,5 Millionen Jahren tatsächlich so begonnen haben mit dem Benutzen von Feuer zu verschiedenen Zwecken. Damals war es durchaus üblich, auch in Höhlen zu leben. Das heißt also, das war die natürlichste Behausung, die man so finden konnte. Stabil, geschützt, gut, manchmal waren auch Bären drin und andere Tiere. Das heißt also, man musste sich dann ein bisschen kappeln, aber Feuer war auch ein Abwehrsystem. Das heißt also, durch die Rauchentwicklung, dementsprechend auch das Feuer selber, wurden Tiere dann auch ferngehalten. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Vorteil. Der Nachteil war das Kohlenmonoxid in Höhlen, weil wenn das Feuerniveau unterhalb dementsprechend des Höhlenniveaus liegt oder in der Höhle selber, man konnte es auch zu Vergiftungserscheinungen kommen. Also ein ganz komplexes System, welches sich natürlich dann im Laufe der Zeit mit bestimmten geistigen Fähigkeiten dann so weit entwickelt hat, dass man dann eben andere Möglichkeiten gefunden hat, Feuer zu nutzen, ohne eine Gefährdungssituation herbeizuführen. Das ist alles, damals war es Learning by Doing. Aber wie gesagt, hier in Israel scheint es sich tatsächlich um ein indirektes Garn zu handeln, wie zum Beispiel hier in diesem Beispiel. Auch das wäre durchaus denkbar. Das heißt also, eine Feuerstelle und daneben dann eben der Fisch oder was auch immer, welches dann eben dort gegart wurde. Und hier sprechen wir dann eben von einer Zeit vor 780.000 Jahren. Das könnte durchaus auch schon so gewesen sein, dass dort relativ komplexe Strukturen innerhalb der einzelnen Stämme existiert haben und wahrscheinlich auch eine relativ hohe technologische Entwicklungsstufe bezüglich auch der Fähigkeit, solche Zusammenhänge zu erkennen und dementsprechend dann auch durchzuführen. Also indirektes Garn zum Beispiel oder vielleicht sogar der Bau eines kleinen Ofensystems. Das könnte durchaus denkbar sein. Es könnte sogar sein, dass man damals schon so angefangen hat, wenn man Lehm bearbeitet und dann so einen Lehmofen macht, dass man dann feststellt, aha, das wird fest. Vielleicht kann man mit Ton ein bisschen was arbeiten, schüsseln und die dann auch dementsprechend härten in einem kleinen Ofen, auch mit indirekter Hitze. Also all das wäre damals zumindest denkbar gewesen, aber es ist natürlich reine Spekulation auch bezüglich der Fossilien, die man entdeckt, wie das dann im Großen und Ganzen zusammenpasst. Wie gesagt, in dem Fall ist es jetzt nicht ganz klar, wie der Garvorgang stattgefunden hat. Es ist allerdings sehr sicher, dass es sich um ein bewusstes Garen gehandelt hat und nicht etwa einen Zufall oder was auch immer. Weißt du, also die Menschen waren damals schon in der Lage zu kochen und zwar auf einem Niveau, was heute teilweise in manchen Haushalten immer noch nicht vorhanden ist. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.